Herzlich Willkommen zu Livius. Heute mit Patrick und der Posaibohne-Zitronentyp. Moin moin. Moin moin. Heute ne Runde Duos. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Genau, ich hab tatsächlich, ähm, ihr müsst mal schauen, ich hab für jedes Skin einfach ein passendes Gesicht, weil ich so viele Gesichter habe. Ich hab zwei goldene Gesichter, das eine hab ich mir damals mal für Showbugs gekauft, das andere gab's im Season Pass, letztes, äh, letztes Season. Das eine heißt Messing, das andere heißt irgendwie Apfel oder sowas, keine Ahnung. Messing. Messing ist was anderes. Messing ist ein Metall und Messing ist ein Fußballspieler. Das ist ein kleiner Unterschied. Klein, aber fein. Dschungeljump, by the way, Duos erste Runde. Wir werden uns so qualifizieren, ich werd erster sein. Ich kann das nicht. Ja, ist egal, ob du's kannst oder nicht, ich werd erster sein. Du, pass auf. Schaut jetzt mal meine Dschungeljump Sweat Skills an. Ich muss gucken, dass ich nicht irgendwann aufgebe und Dreieck drücken will. Das ist ein kleiner Punkt. Weil das wär ein Reset-Knopf bei Zeitrennen. Oh nein, ich spawn genau, weißt du, das Beste ist ganz vorne rechts. Das ist der beste Spawn. Und wo spawn ich? Hinten Mitte. Das ist das Schlechteste, was man haben kann. Aber die Leute wissen, wie's geht. Weil sie Zeitrennen gespielt haben. Und ich kratz ab, Alter. Ja, ich hab leider verkackt. Du bist grad vor mir. Vielleicht hast du mich ja gesehen. Also, sorry, aber... Einer, zwei Leute sind schon drin. Jumma, das bleibt doch nicht, du verdammter. Okay. Du bist jetzt 20, komm aber weiter. Ist ja die erste Runde, also alles gut. Ich bin drin. Ich wollte grad drei jetzt auch nicht. Soll ich dich da mal rüberbringen, Davi? Schaffe ich. Achso, du schaffst das. Das ist nämlich nicht die schnellste Variante. Okay, sehr gut. Wir sind vierter. Du musst im Prinzip auf dieses Teil, auf dieses, äh, ganz hinten am Rand. Und dann brauchst du nur zwei Trommeln in der Mitte mitzunehmen. Den Rest kannst du skippen. Das ist meine Mission. Wessen? Ach, der? Ja, der weiß bestimmt, wie's geht. Warte mal gucken, ob ich den finde. Den Davi meint. Das ist ein ganz normaler Pinker. Ja, der. Jetzt hab ich ihn gefunden. Ja, der weiß nicht, was er machen soll. Aber drei andere auch nicht. Die hier noch mit rumschillen. Ja, ja. Aber wir sind vierter. Wir haben das sehr gut gemacht, Davi. Sehr gut gemacht. Wir haben 96. 15 Sekunden noch. Ja, die schaffst du es noch. Hier sind noch zwei, die es schaffen werden. Das ist eine Mission. Weiß er nicht. Das ist doch der selbe wie vorhin. Nein. So, wir haben uns qualifiziert. Besser. Let's go. Ziemlich viele Leute raus. 20 Trupps sind übrig. 20 Leute sind raus. Nasehorn an. Ach, als zweite Runde ist es aber chillig. Nein. Weil da... Na, was weiß ich. Ich glaube, als zweite Runde ist es doch nicht so chillig. Naja, wir werden sehen. Dachste Runde schlägt. Also nimmst du dann. Ja, aber nur weil Leute jetzt Dschungeljump geschafft haben, heißt das nicht, dass die auch Nasehornangriff schaffen. Das ist ja nicht ein Skillspiel. Das ist ja ein Luck-Spiel. Ich bin ja Patrick. Ich hab schon wieder ganz vergessen. So, fokus auf... Fokus auf alle von diesen Teilen. Achso, es gibt einen Tipp einfach hier in die Mitte. Aber gut. Manchmal... Manchmal funktioniert der Tipp dann sogar auch. Aber hier ist man sogar relativ sicher. Auch wenn man häufig... Wo man häufig gestoßen wird. Der hat nie so richtig Power beim Stoßen. Der wird immer abgelenkt von dem Rad. Deswegen haben die nicht so viel richtig Power. Ich bin oben. Let's go. Wir sind noch erster. Mit anderen zusammen. Scheiße. Wir sind sehr viele Leute zusammen. Ja. Wir sind alle auf der Mitte. Scheiße, Alter. Natürlich. In der Mitte ist doch der sicherste Platz. Und hier cremmen sich alle rum, Alter. Deswegen sind die... Oh Gott, ich bin raus. Nein. Ja, ich bin raus. Schade. Vielleicht wird es nicht aktualisieren. Wir sind elfter. Du musst jetzt drinbleiben bis zum Ende. Ah, easy. Eins. Qualifiziert. Ach, die wolle. Schade, dass sie rausgeflogen sind, aber... Wie viele Leute sind rausgeflogen? Wir können ja sehen. Ich glaube, ein oder zwei Duos nur. Also, trifft's. Ja, doch, relativ viele. Zwölf sind wir jetzt noch. Das heißt, wir sind noch 24 Leute, wenn wir zwölf Duos sind. Ja. Das heißt, noch ein paar Runden kommen. Bevor wir ins Finale steigen können. Klar doch. Klar doch. Wir waren doch gerade noch 20. Wir waren gerade noch 20 Duos schon. Ja. Ne, 30. Ne. 20. Das sind wir jetzt. Was ist denn? Dabi, wir sind jetzt 24. Wir waren 20 Duos. Jetzt sind wir zwölf Duos. Das heißt, wir sind jetzt 24 Leute. Ich habe den noch nie geschworen. Was ist das denn hier? Macht mich das tot? Nein. Komm. Das Einzige, was dich hier totmacht, ist der Schleim. Also das Wasser. Komm einfach mal mit. Wir gehen auf meine Lieblingsebene. Da ist man eigentlich so gut wie sicher. Auf meiner Lieblingsebenen. Weiter, weiter. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Hier fällt man eigentlich so gut wie nie raus. 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 Ah, raus. Ich habe ihn rausgeschleudert. Jetzt ist ja keiner mehr, den ich rauspusten kann. Komm mal über diese Wippe. Da bin ich. Auf der anderen Seite. Schade, aber wir schaffen das trotzdem noch. Ah, ne, schaffen wir nicht. Es sei denn, ich überlebe jetzt als Einziger. Oder mit anderen Leuten noch zusammen. Mit vielen anderen. Also mit wenigen anderen zusammen. Ja, von 9 bewegt sich noch. Wir werden nicht verkacken. Nein, wir werden sie nicht verkacken. Oh fuck. Das Wasser steigt, aber ist das Problem. Ja, aber wir können es ja noch schaffen. Wenn andere langen Leute rausfallen, bekommen sie ja keine Punkte mehr. Und wir bekommen halt trotzdem noch Punkte. Fast raus. Ich habe einen. Fast noch einen gehabt. Ja, let's go. Wenn ich jetzt nicht nochmal rausfalle, dann haben wir gewonnen. Ja, es gibt noch keinen Countdown. Also noch nicht. Wir können ja noch erster werden, wenn ich alle anderen rausschlage. Der kommt da nicht mehr weg, der Typ. Den einen hätte ich fast rausgeschlagen mit dem Bitte des Hammers. Der Typ hier ist irgendwie doof. Den mag ich nicht. Oh ja, da steht, den schlage ich auch gleich raus. Wenn ich, äh, einen Knallball habe. Jawohl, da ist er. Karma kassiert, Alter. Warum denn Karma? Na ja, weil er da steht. Ja, auch den habe ich raus. Wir sind sechster einfach. Das ist so gut. Ah, noch ganz chillig. Wir brauchen halt nur so ein paar Knallbälle noch. Und, aus? Sehr gut. Ja, schade. Ach, da sieht man es mal. Fünfter sind wir. Der eine chillt da noch. Ja, da hätte ich mich vielleicht auch hingesellen sollen. Das ist der Einzige, der noch überlebt. Ja, wahrscheinlich verlieren wir sogar noch. Oh, nee, doch nicht. Der hat sich jetzt umgebracht. Gut, wir haben uns qualifiziert und das war sehr gut. Der Foto hat sich noch länger überlebt. Dann hätten wir sogar noch einen höheren Platz erreicht. Aber wir haben uns qualifiziert. Das ist das Einzige, was zählt. Sieben Trupps übrig. 14 Leute sind wir noch. Mit ein bisschen Glück ist das sogar schon final. Ich glaube nicht. Ich sag nee. Ich sag auch nicht. Ich sag, es kommt noch irgendein hässliches Teamspiel oder sowas. Ich sag, nee, ich sag, es kommt jetzt der Wirbel. Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, wie oft es bei Duos kommt. Oh, ich hab gesagt mit ein bisschen Glück schon final. Aber mit 14 Leuten bei Krankenalarm, das ist ja völlig wuhlig. Und vor allem sind dann alle Platten rot. Nee, das will man umso weniger. Ach so, ach so. Dann sind alle Platten grün. Alles gut. Wenn man zum Beispiel nur einen Leute ist, das macht... Ein Leute. Ein Mann. Zwei Leute. Dann kann vielleicht alles weg sein, bis auf zwei Rote. Bleib mal da, wo du bist. Bleib mal da, wo du bist, Tavi. Wir sind ein Duo. Ich will dich nicht rausschmeißen. Nein, ey. Tschüss. Da eine Tugschmeiß, du musst noch raus. Gulb, 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 gulb. Hilf mir mal. Doch, nicht mich schieben. Ha, doch, das war sehr gut. Sehr gutes Team. Warte, ich will dich anhammern. Das ist lustig. Wir nehmen ja noch auf, ne? Haltet das fest. Oh, es kippt. Oh, es kippt. Ich komme wieder zurück. Gar keinen Bock. Alles gut, ich mache das nicht. Wie dumm wäre ich denn? Ich wäre fast rausgeflogen. Wegen diesen goldenen Typen hier. Ich wäre fast rausgeflogen, der goldene Typ. Oh, nee. Nee. Ich komme auch. Alles gut, neun Leute sind schon ausgeschieden. Wenn wir das als Duo gewinnen, Leute, dann merkt euch dieses Video. Das ist so dumm, dieser goldene Dude. Oh, wir gehen unter. Da hinten noch hin. Da hinten können wir hin. Ah, nee, können wir nicht. Wir müssen immer hin. Doch, hier können wir hin. Ach, nee, das kippt ja auch. Ich komme. Ja, bin raus. Du musst das machen. Ich habe nicht gesehen, dass es auch kippt. Du machst das aber. Ich weiß das. Noch einer. Du und noch ein anderer. Du musst einfach nur Glück haben. Einfach die ganze Zeit hin und her springen. Und Glück haben. Oh, dieser eine goldene Typ. Ah, ich habe das Gefühl, dass er gewinnen wird. Nee. Ach, schade. Ja, aber es war eine sehr gute Duo-Runde heute, Leute. Die Folge müsst ihr euch angucken. Also habt ihr ja, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Aber... Ja, die goldene Hexe-Unterteil mit einem Normalhexe-Oberteil. Das sind gute Leute gewesen. Ähm. Aber am Ende war es halt doch nur das Lack. Aber trotzdem. Wir haben uns hier so ein paar Punkte rangemacht. Ich bin bald Level 40. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis zum nächsten Mal.